. 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 Ich lande erst schon im Auto. Ich bin ein Paar. Ich bin ein Paar. Danke. Dona Barbara, guten Tag. Er steht in der Vier OZ. Es ist eine Stresssache. Nein, nein. Es ist ein Paar-Ber-Stermin. Aber wir waren in der Bavaria in der Saison. Ich habe ein viel Zeit in der Vier OZ. Ich habe ein viel Zeit in der Vier OZ. Und ich habe einen Paar für den OZ. Und ich habe einen Paar für den OZ? Und ich habe einen Paar für den OZ. Ich habe einen Paar für den OZ. Ich habe mich hier auch auf ein很好. Und dieses Quell ist cool. Ich habe eine neue Präsidation. Die Zeit nach dem OZ. Im großen Tempo. Und ich habe eine Möglichkeit, Das ist ein Traum. Ich bin sehr froh. 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 der Präsidenten der Regenzen der Feste der Lotte, ist ein Honour. Barbara Janomsteiner ist im Moment eine der politischen Personen, die die größten und populärer sind. Aber warum? Barbara Janomsteiner ist der Präsident des Partits Populares der Schweiz. Die Ministerin Barbara Janomsteiner. Die Deputatin Barbara Janomsteiner. Die Kandidatin der PPS. Die Regierungsrätin Barbara Janomsteiner. Die Chefinanzerinnen und Finanzer. Sie können gerne noch bleiben. Sie ist nach 1963. Sie ist eine einzige Frau, und sie ist in der Schule. Ich bin in einer Familie nahe Politiker. Sie haben eine Partie. aber hier waren die Aufmerksamkeit. Ich bin ein paar Personen, mit einer anderen Person, von der Partits Populares der Schweiz. Sie haben gesehen, eine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit, wo es nur noch eine Stunde in der Party war. Barbara Jan-Holmsteiner decide für den Parti Populär Schwyzer, der PPS. Sie hat die Karriere in der Armada und der Kapitänien, die die Komponien Finnoz. Wir müssen die Entscheidungen machen. Wir müssen im Schema der Militär zu machen. Sie machen eine Analyse, ob es die Richtungen gibt, ob es die Möglichkeiten gibt. Sie sehen, dass es in diesem Moment ein PPS. Es ist ein PPS. Es ist ein PPS. Es ist ein PPS. Es ist ein PPS. Eine andere Konstante, die Saison, die mit Rolf Steiner. Der Spöl 1994, der Bär in Quäyram. Guten Tag! Guten Tag! Hallo, Janne, der ZDF. Wie geht es? Danke. Alles in Ordnung? Nein, ich bin ein paar Kinder im ZDF. Erst die Fest der Lotte, die sich in der Beste des PPS war, sind quasi die Kollegen des PBT, der Parti von Barbara Jannehmsteiner. Ciao. 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 Tante der ZDF, Hansjörg Draxl, unter der gaulega der Regenza, und Duri Kampel, der matador Lokal- und Kussler National des PBT. Hallo, Duri. Danke gut. Na, wie geht es? 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 Komm's ja, wir sind nicht problemimisch! Wie geht es? Im Namen der SVP-Grabünde gratuliere ich dem Bundesrat Blocher. Ich bin hier mit 125 Vortrags. Barbara Janomsteiner ist statt den letzten Sons im Mai 2009 der größten Tremble-Politik in der Schweiz, die separativen PPS und PBD. Die Moschka-Präsidentin des PPS-Grijum steht auf der Front des PPS-Schweizers. In dieser Diskussion ist natürlich ein neues Repräsentant in Bern. Wir haben auch andere Entscheidungen, die mehr liberalen Entscheidungen haben. Wir haben auch andere Entscheidungen, die wir gegen die Partie haben. Wir haben auch den Schwerpunkt, aber in diesem Zeitpunkt haben wir den Präsidenten. Wir wollen die Situation schliessen. Prezise per schliere eine simile Situation smette eine Delegation Grigionna in Viadi im Dezember 2007 in Bern. Die Bonheur ist hektisch. In einer Stahl der Kussliere-Gouvernativen Evelin wird mir schlumpf im Fokus. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Der Tag ist historisch. Wie geht es denn? Sie sind auf 100 Plätschenspräten. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Meine Damen und Herren, Frau Wittmer-Floch. Die Telefon wurde von der Polizei, von der Konfederation, also von der Polizei und der Sturet, weil sie fünf Personen in der Füße waren. Wir waren nicht mit der Touristen-Eventen mit der Polizei. Wir waren in dieser Füße emotional, ein paar Chaotik. Noch ist nur ein Zentelbüro der Koalier-Federal Christoph Blocher, der Anspäteve L., Ueli Muresko, Präsident der Partie, der Präsident der Fraktion Kasper Bader. Die Atmosphäre der beutösten Freude, des Emotionsortes, ist es bei Deva natural, manche, die Füße sind die Spettative, und es ist eine Wege wert, welche Konsequenzen sie akzeptieren. Madame. In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl. Applaus Die Chefs des Parties, Anim Natcha, die Grigions mit dem Präsidenten nicht für die Kommande haben, die Füße der PPS-Schweizern deciden, die ganze Sektion Grigion mit dem Präsidenten der Vizekustellern. Wir sind auf dem Bahnhof, ich wusste nicht, dass Barbara und Ueli Bleicher auch auf den Bahnhof kommen und sich an die Veranstaltung der SVP mühen, um sich recht zu fertigen. Dann sagte sie zu mir, das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass sie heute nicht entscheiden würden, uns auszuschliessen. Dann war ich so blöd. Dann sagte sie, jetzt brauchen wir einfach einen Entscheid. Fertig und nachher machen wir weiter. Das war auch meine Haltung. Aber ich war ja der Verursacher des Ganzen. Ich hätte das nie so gesagt, auch nie in der Öffentlichkeit so gesagt. Und sie hat das einfach so gesagt. Das war für sie klar, und dann gehen wir da durch. Ich will nicht, dass wir die Situation dass wir eine andere Solution haben, zu den Emotionen der Massenortes. Ich will nicht akzeptieren, dass wir die Parti in Arabi und Tauern und es wird dann weniger zu entscheiden, ob sie ein Parti Populär-Schwizzer Diese Option ist ja neu. Dann müssen wir dann nachher das Parti und nachher eine andere Richtung. nicht mehr. Und jetzt, wir werden die nächste nicht miteinander über die Vizepräsidentin in November 2012 zum Parti Burgais Demokratik zum Wissen, zum Parti Burgais Demokratik und das Vizepräsidentin der Svizzera. Barbara Jannom Steiner. Alles Gute? Wir präsentieren bis zu kurz. In totlas Turbulenza sti la Grazia am un otter success. Et la succéda d'Eveline Widmer-Schlumpf in la Regenza Grigionna. Wir haben so viel miteinander gemacht. Wir sind vielleicht gegenseitig Vorbild. Ich in ihrer Klarheit und Hartnäckigkeit. Und ich vielleicht auch in meiner Art Kompromisse suche. Wir konnten beide voneinander lernen und haben das auch gemacht. Drei Augen, ruhig. Auch hier, Barbara Janomsteiner, tut Platz in der Skottsegonde in der Regenza Grigionna. Sie fassiert das Mönchens und macht das Zafars. Ich bin ein Drogenjäger auch noch. In der Arena der Lothar-Schlumpf guida Barbara Janomsteiner pro. In un'otre Arena zur Pilele der Cellarola Principala. September in der Arena der Katzis. Wo kommen wir? La Chefa del Departement de Finanzen des Kommunes inviede a la Diète des Kommunes. Irriven 250 jahres de tot il Grigionna. Ja, schon. Pulsper. L'intent informar als Présidentin des Kommunes Grigions de Prüma-Mann. Die Ministerin der Finanzen und der Kommunen hat kommuniziert, Bler, dieses Tempo, ist heute. Durant das System der Offizie hat die Transmüdale, Grigion, die Kommunen, die Territorien und die Finanzen sind nicht reformiert, egalisiert oder fusioniert. Die Diskussionen sind stattdessen. Das Lafinde des Queens am Parlamänti Popolation, d.a. schiebt. Ich gehe vor Barbarianom und strukturell im Zentrum Grigion, wo Barbarianom ist. Natürlich gibt es alle Fakulette, zusammen mit der Regenz, zusammen mit dem Parlamänt. Aber hier hat ein großer Erfolg. Bei der Fusion hat man gemerkt, dass ihr ganz wichtig ist, dass das vorwärts geht. Ob dort das Tempo immer das Richtige war, das würde ich bezweifeln. Aber irgendwer muss vorausgehen, sonst passiert nichts. Entscheidend ist aber dort auch, dass das wirklich von unten getragen wird und nicht von oben verordnet wird. Man kann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, wie man diese Fusionen angeht. Soll man sie ein bisschen fördern und pushen? Oder soll man sagen, das muss von sich selbst aus entstehen? Sie hat den Weg von Pushen gewählt und setzt sich enorm ein. Das kann man auch sagen. Das sind Heiseisen. Das ist im Kanton Graubünden immer noch ein schwieriges Thema. Aber man sieht auch, es gab auch sehr gute Ergebnisse in den verschiedensten Regionen. Wir haben also eine Reduktion von damals 2015 bis 2018 von 125 auf noch 108 Gemeinden. Ich denke, das lässt sich sehen. Auch beim APRO gibt es die Möglichkeit für bilaterale Gespräche. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen noch weiterhin einen guten Verlauf der Veranstaltung. Herzlichen Dank. Ich denke, dass der Mario das Aparo-Buffet schon eröffnet ist. Ich würde anregen, dass wir nicht mehr allzu lange machen, weil Mario Cavicelli ist mit seinem Team bereits am Aparo-Buffet vorbeigegangen. Ich hoffe, er hat noch etwas übrig gelassen. Besten Tag. Also, ganz schnell da durche. Eher Dino Haccelli erkläre es die Chefs des Uffizi Todienta Moenaiada, was es ist, mit diesen Fusions. Certainen Dünn sind manchmal nicht displegierbar. Es geht nur darum, um diese Diskussion zu evitieren. Es gibt auch einige Regionen. Aber wir haben auch ein paar Regionen. Wir haben auch ein paar Pazienz. Wir haben auch ein paar Regionen, um die Bevölkerung und die Gemeinschaft zu unterstützen. Wir wollen nicht mehr auf die Vorstellung und Motivation dafür. Ich bin Barbara. Ah. Hallo. Hallo. So, danke. Danke. Danke, danke. Okay. Der Urz. Entschuldigung. Es sind gerade ein bisschen viele. Ich muss in meine Zelle fahren. Barbara, also Barbara, viva! Es ist ein spezielles Offizie, Grundzustände. Aber ich, Barbara, das Personalmein ist ein dünner Interessant, kann man nicht, kann der Prozess weitergehen, kann die Fusion funktionieren. Es ist ein dünner Resentiment, dass es nichts gibt, und dass es nichts gibt. Unsere Gemeinden funktionieren alle sehr autonom und deshalb ist der Druck des Kantons nicht ohne. Die Reformen durch die Kommunen, die Territorien, die Legalisation der Finanzen ist auch müdabler. Aber wir stehen in den Mund, in den Schweden, in den Schweden, in den Schweden. Wir stehen in der Konfrontation, in den Schweden, in den Strukturen, modernen und effizienten. Das ist ein besonderes Fahrrad. Soll ich noch mal darauf zurückkommen? Ich bin sehr lang. Wenn sie von etwas überzeugt ist, dann ist es auch eine ganz harte Art von Diskutieren, die sie haben kann, um ihre Anliegen, ihre Vorstellungen durchzubringen. Und das sagt sie auch. Sie setzt sich dann wirklich ein. Das ist für uns gegenüber. Und ich habe in gewissen Sachen eine abweichende Haltung gehabt. Das setzt dann schon voraus, dass man auf der anderen Seite bereit ist, hart zu diskutieren und zu versuchen, dann irgendwo zu sagen, okay, das kann man so machen. Heute haben wir eine hohe Konjunktur von so null Risikopolitikern. Man macht nichts falsch, aber auch nichts richtig und dann bewegt man nichts. Und dort, glaube ich, ist sie eine ganz andere Politikerin. Sie hat sich nicht gescheut, auch mal Heiseisen anzulegen. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt an einer Politikerin. Vielleicht hat sie, sie oder sie, sie, vielleicht wollte sie ein bisschen mehr auf den Weg, ein bisschen mehr radical, in einem guten Senderplate, reformieren ein bisschen mehr. Da ist sie sicher ein Kompromiss. Ich denke, dass sie vielleicht die Reformen auch noch nicht mehr machen können. Aber sie hat sich ein bisschen mehr abhängig. bei einem kleinen Kaffee und seine Stoffer auch nicht mehr. Auch wenn Barbara ja diegeimpfte dessen bei der Politik ist, die mit ihren einem neuen Kaffee zu filmen. mit allen Kaffee zu tun. Aber dann dauert es nicht. die politische und die private. Das ist eine Chance. Also, eine Chance muss man schaffen, Full-Arts? Nein, ich kann das kleine Full-Arts sehen. Aschamf ist l'harmonia perfetta. Die Leute, die wir in der Lage sind, sind alle in Ordnung und in Ordnung. Aber was ist die Regenstern? Wir sind in 5, wir sind in 2. Das ist ein bisschen kompliziert. Nur mit dem Meer? Nur mit dem Meer? Nein, nein. Es gibt keine Lösung. Ich habe eine Lösung für die Beine. Das ist eine andere Sache. Aber es ist eine andere Sache. Es ist eine andere Sache. Es ist ein Verschirm für Sport. Es ist eine Sache, die das Nummer 2 zu spazieren. Es ist ein Schlier. Es war ein Ensemble. Es war jünger, es war jünger. Es war jünger, es war jünger. Es war jünger, Stefan. Für die Gemeinden, mehr als im Vorjahr... Der Investor sagt, ich muss ja... Ciasa Grigia, Quaira. Das Spenowonza, Barbara Janomsteiner, Mince, Margie, Bunura, Qua, Se, Züga, Kulintere Regenza. Il Prüm, ala nul Departament de Justiës, Giuretzi Sanda, davoala sur tut quel da Finanzas, i Comunz. Sie ist sehr durchsetzungsfähig. Sie ist sehr hartnäckig. Teilweise vielleicht fast verbissen. Sie hat aber, sonst finde ich, eine gute Art, um Mehrheit zu schaffen. Und... Ich denke, die Regierung könnte sie allenfalls noch vermissen, wenn es in Zukunft wieder mal schwierige Zeiten gibt. Ich bin Präsident der Parti des PPS der Fisch-Fisch-Drette, und ich sehe noch die Wette. Ich bin in meiner Position, ich bin in meiner Position. 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 Der Fisch-Drette wurde in meiner Position. Es wurde � matériel citizenship. Ich war, aber auch im Personal Pourquoi h Cuz Es war nicht so gut, dass sie so leiden. Dann hat man diese Situation dramatisch und tragisch. Manchmal sagt man, dass es eine große Herausforderung ist. Man kann es erklären und es akzeptieren, aber es ist es, dass es weitergeht und es akzeptiert werden. Aber es macht eine große Mala-Vite, wenn man das Kapital hat. Das war der Kussal-Grund. Hier ist die Arbeit, die Parlamentarier-Grunden gelegt hat, wie die Strukturen zu vereinfachen. Das habe ich bereits in meinem Eingangsvotum auch gesagt. Auch die Verfassung der Kantons-Verfassung hat es nicht so, dass die Fassungen notwendig sind, um unseren Kanton und unsere Gemeinden zu machen. Kurz das Dossier der Investoren im Stoffle-Falls-Rive-Sünzie-Maisa ist die Pille per Mann. Barbara Jan-Omsteiner will einen Film mit den Kurellas der Qualität und Korruption beigetragen. Sie engagiert den Spezialistiker der Korruption Marc Piet. Die Analyse dieser ist rigorosa. Die Regen-Supporten-Planze gegenüber dem Rechten. Dass sie Marc Piet eingeholt hat, das finde ich wirklich eine ganz tolle, eine ganz gute Lösung. Dass sie jetzt einfach offen lässt und akzeptiert, was jetzt noch auf sie zukommt aus dieser ganzen Geschichte. Das war wirklich sehr, sehr stark. Und ich bin auch überzeugt, das würden nicht alle so machen und hätten nicht den Mut. Wie muss es ein Witz dazu bringen, wie muss es ein Witz dazu bringen, und das gute Gemeinden zu machen? Vielleicht muss es eine Frau von Stadt Es ist offensichtlich, dass sie Zügel in der Hand hat. Ich glaube, das sieht jeder, wenn man im Parlament sitzt oder auf der Zuschauer-Tribüne. Das ist ja so. Als Finanzminister ist man immer in der guten Situation, dass man am Schluss sagen kann, es geht einfach nicht. Diese Situation nutzt man auch aus. Diese habe ich auch ausgenutzt. Ich glaube, dass man im Mann hat. Und in diesem Spass, D. Jons, ohne dubbi, hat Barbara Janomsteiner, da Zianode, der Politik Grigion. Was ist das größte? Wenn Sie hier in die Stadt peut... Nein. Ich bin ein Büro, aber er wird das. Ich bin ein paar Wochenende am Weihnachten. Wenn Sie da nicht, wird das Karten zu tun. Aber die Stabilität nicht mehr da. Ich möchte das Karten, ich möchte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.